Willkommen zurück zu Ghost Recon White Lens. Diesmal bin ich nicht alleine. Bei mir ist der liebe Stevie. Ja, wir haben es jetzt auch mal geschafft, endlich mal zu zweit zu spielen. Nach langem, ja, wie gesagt, ich hatte es ja erstmal eins Let's Play. Jetzt ist endlich mal, dass wir beide das machen. Wenn es auch Multiplayer gibt, sollte man ihn noch nutzen. Und ich glaube, wir machen es jetzt mal ein bisschen auf den Weg, ein paar Sachen zu holen. Ich habe mir da schon was rausgesucht für die Folge heute. Ah ne, unbekannte Orte, nicht. Das ist das hier. Leu, ruckelt es bei dir gerade auch? Nein. Es läuft alles flüssig. Ich habe gerade ganz kurz geruckelt. Also ja, die Zivilisten. Vorsichtig. Ich bin mal gespannt, ob das hier auch so ist, ob meine Stimme hier auch ganz leise ist. Ja, ja, auch ganz gespannt. Bin ja auch mal gespannt. Wenn sie mich hier nicht so ist, dann liegt es am Spiel. Ja, ja. Und ich am Hetzet. Ich bin mir mal gespannt. Also wie gesagt, erstmal eine Testphase mit ihm. Und dann gucken wir mal, dass ganz viel ankommt. Wenn ich die erste Mission gleich mal richtig verkacke, dann werde ich nie wieder mitspielen. Wir müssen erstmal, glaube ich, nur ein paar Geheimdaten erstmal kriegen. Das ist das Problem. Auch wenn wir so viel Daten her. Hier sind wir in der Nähe, jetzt erstmal keine. Können wir erstmal hier, äh, den Nebeneinsatz machen. Da, nimm an. Den Auto oder was? Bereit für den Angriff. Die Leute sind beigeträgt und stellen sie vor, wo ist denn der? Der ist da oben. Da, wo du markiert hast. Das ist ganz wichtig. Ich mache eigentlich weg, aber der ist geht auch immer weg. Ich habe mir keine Markierung. Egal. Ach so, da ist sie ja jetzt. Ja. Der blaue Fall, oder? Der grüne, ja. Entschuldigung, Leute. Das ist ein helicopter jetzt. Hä? Ach, ja, ja, tatsächlich. Das ist gut. Nimm mal deine Markierung weg. Ich seh jetzt schon auf dem Helikopter. So, als es ist man geht. Ich habe meine Markierung weggemacht. Bei mir ist sie noch da, aber egal. Ich schaue jetzt immer noch einen Weg nach oben. Links, äh, rechts, 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 rechts. Ich weiß, es ist hier so ein ganzer Weg. Der hier hoch geht, aber egal. Du kannst aber durchs Gelände fahren. Wir können aber gucken, ob es Gelände tauglich ist. Mal gucken, ob es tauglich ist. Boah. Da kann es ja dann lassen. Alter. Alter. Die Karo. Geil. Bessere Physik als in GZ. Ja, aber wirklich. Eio geht's mir jetzt lang, ey. Äh, mal rechts halten hier oben. Du kannst nämlich das bisschen durchfahren. Da ist es, ich hab's gewählt. Bremsen? Ich, 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 ich brens auch. Junge. Eier. Nee, also an dem Auto muss noch ein bisschen was geschraubt werden. Lass aber das sein, das Kastens aufzuholen. Ja, ja, klar. Fünn mal du ein Kastens hier. Ein paar Geländereiben, Hoffaul, eine Motoverbesserung. Ja, okay. Dann ist er auch ganz gut. Es geht noch ein bisschen in Farbe, ey. Und, und, und? Ich dachte, was kriegt er? Ja, der Entwacht. Respekt, du. Und jetzt geht's da um seine Hörung. Oh, oh. Ich sehe ihn schon tot, alter. Alter, jo, jo. Eikara, hält aber was aus. Das ist so stüssig, geil. Das ist so stüssig, geil. So, hier, stopp, stopp, hier oben. Ja, stopp, 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 stopp. So. Ich will da einfach rauffahren. So ist der Handy weg. Ah, ich hab die schon gemacht, dieses Ding hier. Das will ich ganz genau. Okay. Ja, hatte ich schon gemacht. Und ich treffe natürlich lecker. Ich will gar nicht. Ich gehe gerade ohne der Trüpfung. Lass mich raten, der Heli hebt ab. War mir klar. Och, nö, und jetzt? Abschießen. Ja, aber dann auch. Klammer schnell. Weil von uns entfernt haben wir noch ein Flugzeug stehen. Äh. Ich sehe es auch Möse. Guck mal, da tun wir aber auch gleich Dings, ja. Ich habe wieder Möse, alter. Wo steht das Auto? Das Auto, das Auto, das ich nicht mehr fahren kann. Steht hier vorne. Steht hier vorne, ey. Ich sage, parkst, richtig? Ja. Na ja, warte mal. Ey, ich fack da rein. Geil, Karel Marsch. Aber es fährt. Aber es fährt. Aber es fährt, oder? Ja, das ist echt. Alter, der ist ratternd. Sag nichts. Oh, wie gesagt. Oh, mein Gott. Fährt das Ding noch? Das Rattern ist ja geil. Das liegt ja auch. Oh, mein Gott. Ey, der ist gar nicht viel Pferd noch. Ich gebe ja nichts in die Gas hier. Ja, hab ich schon. Der Säle hat mich irgendwie ganz leicht an LS. Ja, ja, hab ich auch. Oh, Gott, Alter. So, habe ich auf dem Gewehr einen... Das ist einfach radikal rangehen. Oh, Gott, ich blöte. Okay, Niko. Leute. Leute, was war das denn? Was? Keine Ahnung. Das fängt ja wieder geil an. Es fängt ja echt geil an. What the fuck was war? Ja, ist echt geil, Alter. Ah, wir starten der Aktie. Ja. Juhu, willst du fliegen? Äh, ne. Flieg du. Boah. Darf ich auch mal fliegen? Naja, so das Ende hab ich so hinbekriegt. Aber wenn ich jetzt den Krieg ist, das anders. Äh, guck mal auf der Karte, wie rum die Landebahn ist. Äh, wo ist denn das Abgabe-Ziel des Dings? Oha, da hinten irgendwo. Geht nicht angezeigt, Rad. Bruh. Ja, Leute, wie das aussieht. Geht nicht angezeigt, Rad. Geht nicht angezeigt, Rad. Und es freut mich, die Lady der Küchig bei mir zu haben. Doktor, viel gut persönlich. La Grinca. Willkommen in der Show. Danke. Du bist also das Gehirn der neuen Coca-Ingevinung. Und das die Produktion mehr als verdoppelvolle, korrer? Das ist korrekt. Und anders als für andere in Stamz und die aus der Barrio. Stimmt das, dass du ein Brot-Stipendium hattest? Ich hab schon gesehen, dass wir anvisiert wurden. Drumladungen, alle durch. Kein Stranger. So, jetzt mal gucken, wie ich hier landen muss. Ach, du bist richtig weh? Es ist jetzt so hoch. Bli-Bli-Bli-Bli-Bli-Bli-Bli-Bli. Bli-Bli-Bli-Bli-Bli. Oha. Ne, 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 das tue ich mir nicht an. A, muss ich ein bisschen größer am Bogen fliegen. ich bin die ganze alte gelbe sausten da ich werde länger lang landen bei der quante kiste er darf Er ist auch ein Einflug, ey. Wieso kommt ihr die Kiste? Ich glaub, die mag dich nicht hier wieder, das Flugzeug. Lassen wir lassen landen! Wir sind hier fertig. Wir werden ihren Nachschub später holen. Gott sei Dank. Ja, anheben. Ja... Ja, ich tue 15. Fähigkeitspunkt halten. Ich fliege noch mal. Ach, ja ... Das kann ich ja wenigstens fliegen, hier. Also mal ein paar Waffenkisten, ja ein Sacken. Das braucht sich eigentlich... Friedrich zerstört sich. Friedrich für Kieft. ich brauche noch mal Medizin, hier brauche ich ja Medizin nicht mal zu Kiste ja bis hier ist ja da hinten Kiste, Waffenkiste ja bis schon ok immer wieder sehr schön die Landschaft ja, neu ist es, ist mich begeistert wirklich die größte für den Spielen, das ist was geil das Gute ist alles friedlich, wir haben bis jetzt bei Feindungen das Gute ist ja ich falle mich um mich sie landen hier vorne mal ich mach das seht mal da, Waffenkiste guck was hier drin gibt's wollte ich schon immer haben alles klar können wir da abheben das ging doch locker so, markier den nächsten Punkt äh, warte, warte, warte das sind Waffenzubehörteile haben wir gar keine Aufklärungsdateien finde ich schade hier ist ne Kriegsleerdatei Kriegswörterdetail ups Bonusorden ähm dann lass das mal na, lass uns das mal da anfliegen dann geht's ein bisschen erstmal abfarmen klar bis jetzt im nächsten Mal wieder in die Mission kommt bis jetzt im nächsten Mal wieder in die Mission kommt wie ähm Bäume ist nicht unser Problem okay, das passt gut wir sind gut bei 15 Folgen äh, bei 15 Minuten Folgen meine ich und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Part und sehen wir in der nächsten Folge bis dahin ah ne, jetzt kommt ja keine Euro wie vor dem der das ist das ist